Liebe Freunde und Förderer unseres Radios, nur noch wenige Tage und der 10. Mariaton mittlerweile schon findet wieder statt vom 13. bis 15. Mai, Tage von großem Segen, auch von großer Arbeit, großen Einsatzes bei uns im Radio. Ich hätte nie geglaubt, dass Radio Horeb zusammen mit Radio Maria einmal der Hauptpromotor für die Weltevangelisation in der Familie von Radio Maria werden würde. Sie werden erstaunt sein, wie viele Projekte wir in diesem Jahr in Afrika fördern werden. Es sind eigentlich alle, die die Weltfamilien im Portfolio gehabt hat. Ich darf sie Ihnen zur Kenntnis bringen. Nigeria, sieben Frequenzen, zwei neue Studios. Südsudan, eine neue Übertragungsstation in Tamburia. Ruanda, Erweiterung des Gebäudes von Kibeo. Gabun, Beendigung der Bauarbeiten und neues Studio. Malawi, ein neues Studio in der Hauptstadt Lilongwe. Angola, ein neues Nebenstudio. Mosambik, ein neues Hauptstudio. Und in Tansania zehn Sendetürmer. Dazu kommen noch die jährlichen Kosten für den Satelliten, dass die afrikanischen Radio Maria Stationen untereinander verbindet. Dazu kommen noch die jährlichen Kosten für den Satelliten, der die afrikanischen Radio Maria Stationen untereinander verbindet, sowie für den Strom und den Unterhalt der Sender in diesem Land. Im Nahen Osten sammeln wir für Jordanien, Irak, Ägypten und Syrien und auch für den Unterhalt von sieben großen marianischen Heiligtümern. Die Sendetechnik dort werden wir 200.000 Euro sammeln. Auch in diesem Jahr dürfen wir wieder zwei Spitzenvertreter aus Afrika bei uns begrüßen. Es ist der emeritierte Erzbischof von Nabuccia, Nigeria, Dr. John Kardinal, die Namen sind immer schwierig auszusprechen, Ona Yekan und Monsignore Dr. Josef Kimu aus Malawi. Der Kardinal hat in den 90er Jahren die erste große Afrikasynode moderiert, im Auftrag für Johannes Paul II. Er war Präsident der nigerianischen Bischofskonferenz und der gesamten afrikanischen Bischofskonferenz und Madagaskar. Das wird eigens immer noch dazu genannt. Für sein Land ist die größte Spendensumme vorgesehen, insgesamt eine Million. Es ist das bevölkerungsreichste Land Afrikas. 200 Millionen Menschen leben in Nigeria mit 250 verschiedenen Ethnien. Das Zusammenleben ist oft recht schwierig und die Christen leiden unter Verfolgungen, die kaum geahndet werden. Wenn 100 Christen auf der Welt ermordet werden wegen ihres Glaubens, sind davon statistisch 70 in Nigeria. Es ist also ein Land der Märtyrer. Sie brauchen die Stimme des Friedens ganz dringend. Die andere Person, Faser Joseph Kimo, ist ein guter Bekannter von mir, denn seit 2009 ist er Programmdirektor von Radio Maria in Malawi. Sie sind sogar in dem Sinn weiter voraus, dass sie 24 Stunden live senden, also rund um die Uhr. Es ist der meistgehörte Sender des Landes. Er unterrichtet auch nur im Priesterseminar. Monsignor Kimo hat auch vom Bischof den Auftrag bekommen, sich um Aidsweisen, vor allem um Mädchen zu kümmern, die buchstäblich ganz allein dastehen und auch örtliche landwirtschaftliche Projekte voranzubringen. Wir haben uns im Radio entschlossen, ein Sozialprojekt im Zusammenhang mit dem Mariaton zu fördern. Und das sind jetzt diese beiden Vorhaben von Monsignor Kimo. Es stimmt eigentlich nicht ganz, wenn ich sage, wir haben zwei besondere Gäste. Wir haben nämlich noch eine weitere, die kommt. Es ist die Heike Therese von Lisieux. Ihr Rediquienschrein wird während der Tage des Mariaton bei uns im Balderschwang sein. Nach altkirrlicher Überlieferung kommt mit den Rediquien auch die heilige selbst. Also sie wird wirklich selbst hier in diesen Tagen bei uns sein, was ja schon für uns wichtig ist, denn sie ist mit Franz Xaver, diesem großen Missionar in Fernost, die Patronin der Mission, obwohl sie selber nie ein Missionsland betreten hatte. Ihre Spiritualität des kleinen Weges ist für viele anziehend, weil sie eine Heiligkeit gelehrt hat, die nicht in außerordentlichen großen Taten besteht, sondern im Alltag sich zu bewähren hat. Besonders am Umgang mit dem Nächsten. Sie schreibt, die vollkommene Liebe besteht darin, die Fehler der anderen zu ertragen, sich nicht über ihre Schwächen zu wundern und sich an den kleinsten Tugendakten von ihnen zu erbauen. Radio Maria ist in Afrika dem Volk Gottes nahe. Es unterstützt die Menschen dort. Es hilft ihnen für eine Zukunft des Friedens. Es ist eine Kirche, denn es wird gebetet, die Allgemeine wird gefeiert, der Rosenkranz übertragen. Es ist eine Schule, viele Bildungsprogramme enthält das Radio, auch dann zugleich noch ein Gesundheitszentrum, denn es geht um Gesundheitsvorsorge, Hygiene und ganz besonders ein sehr starkes Instrument der Verkündigung. Sie müssen dazu wissen, dass die Territorien im Vergleich zu uns riesig sind. Die Bischöfe haben oft sehr große Distanzen unter schwierigsten Bedingungen zurückzulegen. Oft gibt es nicht einmal richtige Straßen, dann oft auch Überschwemmungen, ganz zu schweigen von der Möglichkeit eines Überfalls durch Räuber und Diebe. Und so brauchen die Bischöfe, sich nur in das Studio von Radio Maria zu begeben oder sie können auch nur anrufen und sind schon mit ihrem Volk Gottes, mit den ihnen anvertrauten Menschen verbunden. Gerade in dieser schwierigen Zeit ist es für die Bischöfe sehr wichtig, über Radio Maria sprechen zu können. Ich weiß, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir stöhnen über die gestiegenen Lebenshaltungskosten. Das Tanken wird immer teurer. Aber glauben Sie mir, Afrika ist von der Krise noch viel mehr betroffen als wir. Die geschwächte Wirtschaft liegt vielerlei ganz auf dem Boden. Deshalb bitte ich Sie um eine Spende für den Mariaton, aber bitte betrachten Sie es auch als eine Sonderspende. Wenn dann in den nächsten Monaten bei uns die Spenden spürbar zurückgehen, hilft das auch uns nicht, denn wir haben ja auch unsere bleibenden Kosten. Nie im ganzen Jahr erhalten wir so viele Daueraufträge wie an den Tagen des Mariaton. Also denken Sie auch daran, Radio Hohe braucht dauernd Ihre Hilfe. Deshalb sind wir für eine Dauerspende und einen Dauerauftrag dankbar. Wir senden dafür auch keine lästige Werbung. Wir haben keine Mittel aus Kirchensteuern oder Gebühren. Wir sind ganz auf Ihre Hilfe angewiesen, auf die göttliche Vorsehung. Diese realisiert sich durch Ihre Spendenbereitschaft. Jedes Opfer für die Verbreitung des Evangeliums bringt reichen Segen. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein. In dieser Gewissheit darf ich Sie grüßen und Ihnen den Segen spenden. Es segne und behüte Sie, Dein mächtiger und gütiger Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Alles Gute, Ihr Pfarrer Kocher.